Süßer Auftritt von Boris Becker, 55 und Lilian de Cavallo-Montairo Hinter dem einstigen Tennisprofil und seiner Partnerin liegt keine leichte Zeit. Wegen Insolvenzverschleppung wanderte die Sportlegende im vergangenen Jahr ins Gefängnis. Nach sieben Monaten kam er dann wieder auf freien Fuß. Kurz vor dem Haftantritt hatte er seiner Freundin sogar die Trennung angeboten, doch diese stand ihm bei. Jetzt können Boris und Lilian ihr Glück wieder voll und ganz genießen und zeigten das auf der Berlinale. Am Sonntagabend waren der 55-Jährige und die politische Risikoanalystin zu Gast auf der Berlinale. Dabei erschien das Paar ganz in schwarz. Während Boris in einem schlichten Anzug auftauchte, dürfte es für Lilian etwas extra vager. Untertitelung des ZDF, 2020